Das wäre es gewesen mit Benito Cam. Ich hoffe, ihr habt Spass gehabt. Es war ein aussergewöhnlicher Tag, weil es war sehr ruhig. Nach dem Match von gestern haben wir alle ein wenig gebraucht. Aber morgen geht es schon wieder weiter mit zwei Trainings. Und ja, wir haben noch ein Abschluss-BBQ. Von dem her, alles Gute, ihr macht's gut. Schönen Tag zusammen.